So, hallo, wir haben heute einiges vor, denn wir wollen logisch schließen mit Gleichheit, komplett mit Majuskel SZ. Da könnten einige von uns auch noch ein bisschen nachlegen, aber das ist ein anderes Thema. Bei uns soll es, wie gesagt, um Logik gehen. Wir hatten in der letzten Vorlesung ja bereits einiges erklärt zum Thema Prädikatenlogik und zu der Art, wie die Syntax zunächst definiert ist und wie vor allem auch die Semantik definiert ist. Das heißt, was folgt aus so einer logischen Theorie eigentlich? Sie erinnern sich, Inseln, Modelltheorie, solche Dinge. Und wohin wir natürlich wollen am Ende in der Informatik, ist, dass das auch irgendwie implementierbar wird und das heißt, dass wir auch algorithmisch schließen und dahin ist noch ein bisschen ein Weg. Aber heute wollen wir schon etwas in diese Richtung starten. Also willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch und dies sind die Vorlesungen in theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Ich sage, logisches Schließen, das ist das, was man letztlich will in der Logik, aber das sollte man vielleicht auch noch ein wenig motivieren und überhaupt erklären, warum das so ist. Und tatsächlich sehen wir, dass Schließen von Anfang an, kann man wirklich sagen, in der Logik ein wesentliches Motiv gewesen ist. Ja, also aus dem einfachen Grund heraus, dass Logik von Anfang an verstanden wurde als eine universelle, präzise Sprache, eine Ausdrucksform, in der man Aussagen fassen kann, Aussagen auch die Menschen machen, mit dem Ziel dann darüber Schlüsse zu ziehen, so wie Menschen Schlüsse zielen. Und wenn ich sage von Anfang an, dann meine ich tatsächlich ziemlich von Anfang an, ja, Aristoteles, Logik als Grundlage der philosophischen Argumentation. Ja, also der Grund für die Einführung der Logik ist natürlich nicht die Berechnung, ist auch nicht die KI, sondern es ist zunächst einmal die Modellierung von Argumenten, die Menschen austauschen könnten. Mit dem Ziel, dass man dort eine gewisse gemeinsame Grundlage schafft, sodass man wenigstens auf bestimmten logischen Schlüssen, auf bestimmten logischen Schlüsse sich einigen kann, wenn man schon unterschiedliche Standpunkte hat, dass man zumindest die Schlüsse, die man dann zieht, auf ähnliche Weise zieht. Okay, Aristoteles. Seitdem ist viel Zeit vergangen und dieses Motiv ist lange Zeit immer mal wieder aufgetaucht, ohne dass ich allzu viel getan hätte. Die wesentliche Fortschreibung dieser Idee kommt dann erst mit Leibniz, der seiner Zeit weit voraus war, wenn es darum ging, die Möglichkeiten des Rechnens an sich zu erörtern. Von ihm stammt das Zitat, was ich hier wiedergebe. Falls es zu Unstimmigkeiten käme, dann gäbe es zwischen zwei Philosophen nicht mehr Anlass für Streitigkeiten als zwischen zwei Buchhaltern. Denn es würde genügen, dass beide die Stifte zur Hand nehmen, sich zum Rechenschieber setzen und sagen, lasst uns rechnen. Kalkulemus. Der berühmte Ausspruch von Leibniz. Die Grundidee hier, alles was wir argumentieren, alles was wir denken, ist logisch und letztlich kann man Dispute dadurch lösen, dass man ausrechnet, wer recht hat. Wenn es so einfach wäre. Das war also die Idee. Und tatsächlich noch in der Zeit von Rechenschiebern und Stiften, weit weg von den ersten elektronischen oder überhaupt sonst wie gewarteten Rechenmaschinen. Hilbert, über den hatte ich schon gesprochen, David Hilbert, ein Programm zur Formalisierung der Mathematik am Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch da sollte es darum gehen, mit Logik das Grundgerüst zu schaffen, indem man zumindest, wenn schon nicht alle philosophischen Streitigkeiten, dann doch zumindest alle mathematischen Streitigkeiten lösen könnte und alle Beweise finden könnte. Selbst das hat sich am Ende als deutlich schwieriger herausgestellt, als damals erhofft. Und dann schließlich Russell, der auch diese Hoffnung noch hatte und ein logisches Kalkül als Grundlage aller Mathematik entwickelt hat. Leider mit Fehlern, aber trotzdem schon weit fortgeschritten. Und trotzdem ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Formalen Logik. In all diesen Fällen ging es tatsächlich darum, Logik als eine universelle Sprache zu etablieren, eine, die alles kann. Heute wissen wir, dass das etwas zu viel gewollt ist. Und trotzdem haben wir viele Anwendungen für das, was Logik noch leisten kann. Und durch die Rechenkapazität, die heute da mit Computern verbunden ist, natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, das dann wirklich praktisch auszunutzen. Das Wesentliche, was ich natürlich aus dieser Sicht des universellen Modellierens oder des Modellierens schlechthin, auch wenn es nicht universell ist, ergibt, ist, dass man logisch schließen möchte als eine Kernaufgabe der Logik mathematischer Forschung, auch wenn man die Mathematik so ausdrücken möchte, sicherlich. Das Problem des prädikatenlogischen Schließens haben wir im Prinzip schon kennengelernt. Gegeben ist dabei eine endliche Menge Prädikatenlogischer Sätze. Wir haben das als Theorie bezeichnet und entsprechend mit T dargestellt. Und ein gegebener Satz F, eine abgeschlossene Formel. Und die Frage ist dann, folgt aus dieser Theorie der Satz? Das ist das, was man wissen will beim logischen schließen, was folgt. Okay. So also sieht das Problem an sich aus. Und interessanterweise kann man jetzt feststellen, schon mit den einfachen Mitteln der Modelltheorie, die ich Ihnen schon erklärt hatte, und unter Zuhilfenahme der grundlegenden Einsichten, die wir auch über die Bullschen Operatoren schon gewonnen haben, dass diese Frage zu verschiedenen anderen Fragen äquivalent ist. Satz für eine endliche Theorie T und einen Satz F sind die folgenden Fragen äquivalent. Die erste Frage ist, folgt aus T F? Das ist das, was wir hier oben gefragt haben. Die zweite Frage ist, ist T zusammen mit nicht F unerfüllbar? Warum ist das äquivalent? Na ja, wenn aus T F folgt, dann kann es nicht sein, dass T gleichzeitig mit nicht F gilt. Ja, das ist die gleiche Aussage, nur anders dargestellt. Und die letzte Formulierung ist, ist die Formel, die sich ergibt, wenn ich eine Konjunktion über alle Formeln in T bilde und dann ein Implikationszeichen setze und F schreibe, eine Tatologie. Und das waren Gesetzmäßigkeiten, die wir hier anwenden, die ich im vorigen Video erklärt habe und die auch so recht leicht zu verstehen sind. Ja, also im Prinzip, dass die Implikation ist vergleichbar mit dieser logischen Konsequenz nur auf syntaktischer Ebene. Diese Dinge sind also alle gleichbedeutend, diese drei Fragen. Und das Interessante, was wir dadurch sehen, ist, dass wir jede dieser Fragen beantworten können, um herauszufinden, ob eine solche Schlussfolgerung zulässig ist. Ja, also die Fragen hier sind alle äquivalent, aber sie sind natürlich in gewisser Weise unterschiedlich in der Hinsicht, wonach sie fragen. Ja, die erste Frage fragt nach einer logischen Konsequenz. Die zweite Frage fragt nach der Unerfüllbarkeit einer Theorie in diesem Fall, könnte auch als Formel dargestellt werden. Wenn ich weiß, dass T endlich ist, kann ich das auch als Konjunktion von vielen Formeln darstellen. Und die dritte Frage ist die nach einer, nach der Tautologie-Eigenschaft einer bestimmten Formel. Das heißt, es ist letztlich egal, ob wir einen Algorithmus haben, der direkt logische Konsequenzen bestimmt oder einen, der Unerfüllbarkeit testet oder Erfüllbarkeit testet oder einen, der Tautologie oder Widerlegbarkeit testet. Alle diese Fragen können wir nutzen, um gegenseitig sich zu entscheiden. Ja, also jedes Verfahren, was eins davon löst, löst indirekt die anderen auch. Das ist ja schon mal nützlich, wenn man Algorithmen entwickeln will. Es sagt einem, dass man nicht für jede Frage im logischen Schließen einen eigenen Algorithmus braucht, sondern dass man mit wenigen Algorithmen auskommen kann, zumindest für diese grundsätzlichen Fragestellungen. Okay, das ist das, was ich hier im Prinzip schon gesagt hatte. Ja, also wenn ich das Mittlere mir anschaue, die Unaufüllbarkeit dieser Theorie, das kann ich auch als Formel darstellen, indem ich wieder einfach eine Konjunktion bilde hier über die Elemente von T und das ist auch tatsächlich der einzige Grund, warum ich hier sage, es muss eine endliche Theorie sein, weil wenn das nicht endlich wäre, dann wäre das eine unendliche Formel und so etwas haben wir nicht betrachtet, wollen wir nicht betrachten. Also gehen wir davon aus, es gibt ja nur endlich viele G. Okay, und wenn ich die also alle verunter und noch dieses Nicht-F dahinter hänge, dann habe ich eine Formel, die gleichbedeutend ist zu dieser Theorie, die die gleiche Semantik hat, wie die Menge dieser Formeln zusammen. Okay, und was sich dadurch also ergibt, ist, dass Erfüllbarkeit eine zentrale Frage des logischen Schließens ist. Und das merken wir uns mal, das wird wiederkommen, wenn wir über konkrete Algorithmen sprechen, dann werden das bei uns Algorithmen sein, die Erfüllbarkeit einer Formel oder einer Formelmenge entscheiden. Und wir wissen jetzt, damit kann man auch die logische Konsequenz entscheiden. Okay, gut. Ich hatte aber eigentlich gesagt, ich wollte über Gleichheit sprechen. Also lassen Sie uns mal über Gleichheit sprechen in diesem Video und dazu kommen, was dazu sozusagen ist. Gleichheit spielt natürlich als ein Prädikat in der Mathematik zumindest eine sehr große Rolle. Die Gleichheit von zwei Dingen ist etwas, was in vielen mathematischen Aussagen gefordert wird und es ist auch sinnvoll, dementsprechend so etwas in die Prädikatenlogik einzuführen. Ich hatte das sogar schon mal in einem Beispiel gemacht. Manchmal wird Prädikatenlogik auch gleich so definiert, dass man ein spezielles Gleichheitsprädikat, das schreibe ich hier mal mit einem so leicht geschwungenen Gleichheitssymbol, damit wir es unterscheiden können von der Gleichheit, die ich benutze. Wenn ich hier mathematisch Dinge gleichsetzen möchte, also die mathematische Identität, dass so ein geschwungenes Gleichheitsprädikat also eingeführt wird. Man schreibt das in der Regel infix, also zwischen seinen beiden Argumenten. Das ist aber nur eine Schreibweise und ändert nichts daran, dass es einfach ein Prädikat ist. Was soll das bedeuten, wenn wir so ein Prädikat in der Prädikatenlogik einführen? Natürlich möchten wir, dass dieses Prädikat immer als Gleichheit interpretiert wird. Das heißt, in jeder Interpretation i soll gelten, das Gleichheitsprädikat interpretiert ist die Menge aller Paare von Elementen mit sich selbst. Also das Einzige, wozu Delta gleich ist, ist Delta. Und das gilt für alle Delta in dieser entsprechenden Domene. Und so kann man also Prädikatenlogik erweitern. Sie könnten jetzt alles, was ich über Semantik gesagt habe und Erfüllbarkeit und die Frage, wann eine bestimmte Interpretation eine Formel wahr macht, all das können Sie direkt übertragen auf die Erweiterung von Formeln mit Gleichheit, wenn Sie einfach fordern, dass die Interpretation, die Sie betrachten, das Gleichheitsprädikat immer genauso interpretieren. Andere Interpretationen schauen wir nicht an. Das ist eine Art, wie man Gleichheit in die Prädikatenlogik einbringen kann. Und das ist, wie gesagt, praktisch. Wir hatten schon ein Beispiel dafür in einem vorigen Video. Das sah so aus. Kennen Sie vielleicht auch aus der Mathematik. Ich kann sagen, partielle Ordnungen kleiner gleich sind antisymmetrisch. Das ist die Aussage, die man so darstellen kann. Für alle x und y gilt, wenn x kleiner gleich y ist und y kleiner gleich x, dann muss x gleich y sein. Und ich hatte dieses Beispiel gebracht in einem Zusammenhang, wo wir kleiner gleich als neues Prädikat axiomatisiert hatten. Also das heißt, durch logische Axiome beschrieben haben, vollständig beschrieben haben, was wir als partielle Ordnung verstehen wollen. Das heißt, das ist im Prinzip ein neu eingeführtes Prädikat, von dem ich fordere, dass es antisymmetrisch ist. Könnte ich auch als p x, y schreiben, wenn ich es p nennen würde und nicht infix notieren würde. Okay. Dahingegen die Gleichheit hier, das ist eine fest interpretierte Gleichheit, die eben genau so aussehen muss. Und wenn man dann so einen Satz hinschreibt, das ist ein Satz, weil x und y gebunden sind, keine freien Variablen hat, dann würde man eben zum Ausdruck bringen, dass auch die kleiner Gleichbeziehung nicht zwischen unterschiedlichen Elementen in beide Richtungen gelten kann, sondern nur zwischen einem Element und sich selbst in beide Richtungen geht. Okay. Gut. Das wäre also eine typisch mathematische Anwendung für Gleichheit. Man kann Gleichheit aber auch in anderen Situationen gut gebrauchen. Zum Beispiel, um zu zählen. Stellen Sie sich vor, ich möchte modellieren. Es gibt nur einen Rudi Völler. Ein Satz, den ich, Stand Mai 2017, als ich das erste Mal diese Folien vorbereitet hatte oder ein Beispiel für diese Modellierung suchte, als Vorschlag von Google erhalten hatte, als ich Es gibt nur einen dort eingegeben habe. Ich glaube, das ist inzwischen auch anders. Es gibt nur einen Rudi Völler, kann ich ausdrücken, indem ich sage, für alle x und alle y gilt, wenn x Rudi Völler ist und y Rudi Völler ist, dann muss x gleich y sein. Also was ich damit ausgedrückt habe, ist, dass es nur ein Element geben darf in diesem Prädikat Rudi Völler. Das heißt, ich habe die Zahl, die absolute Anzahl der Elemente, die dieses Prädikat haben kann, auf 1 beschränkt. Das ist etwas, was sonst mit Logik nicht geht, was Sie mit anderen Formeln nicht so leicht ausdrücken können, derartige Dinge. Und das hat natürlich in vielen Anwendungen Bedeutung, mit Zahlen irgendwas zu sagen, die Größe von Prädikaten zu begrenzen. Ich will da nicht weiter darauf eingehen. Man kann noch viel, viel mehr mit Zahlen tun in der Logik. Man kann auch das als Feature in die Syntax einführen, dass man sagen kann, dieses Prädikat hat nur eine bestimmte Anzahl von Elementen oder dass man sagen kann, es gibt nur eine bestimmte konkrete Anzahl von Elementen, die diese Formel erfüllen. Statt einfach zu sagen, es gibt eine oder für alle muss es gelten, kann ich auch sagen, es gibt genau drei, die das erfüllen. Solche Dinge kann man machen, da hat man mehr Stärke noch in der Logik, aber das mache ich hier nicht. Aber Sie können sich vorstellen, das geht auch. Kleine Nebenbemerkung an der Stelle, wenn wir so sprechen. Sie merken schon, Prädikatenlogik ist nicht nur ein Ding. Also es gibt viele verschiedene Varianten von Prädikatenlogik. Es ist kein komplett standardisiertes Konstrukt. Trotzdem gibt es so etwas wie die Prädikatenlogik. Und es stellt sich heraus, dass viele von den Veränderungen, die man machen kann, auch im Wesentlichen zu einer gleichwertigen Logik führen. Aber manche eben auch nicht. Und man muss dann schon ein bisschen schauen und das wird dann auch anders benannt. Aber man hat durchaus Möglichkeiten, für verschiedene Anwendungen die Logik noch ein bisschen zu modifizieren. Und da ist man an nichts gebunden. In der Mathematik haben wir Freiheiten, uns die Sachen so zu definieren, wie sie gerade gebraucht werden. Und nicht, wie sie vielleicht in irgendeinem Lehrbuch stehen. Also kann man viel interessante Sachen machen, viele neue Dinge entwickeln. Und wer weiß, was da noch hinzukommt in den nächsten Jahren. Aber was wir hier machen, ist im Wesentlichen die Grundstufe der Prädikatenlogik, wo die Features drin sind, die wirklich in die Prädikatenlogik gehören. Und alles Weitere bleibt für fortgeschrittene Vorlesungen. Okay, Gleichheit in der Prädikatenlogik. Das heißt also, damit kann man schon einiges machen. Was man auch damit machen kann, ist, man kann über die Interpretation von Konstanten sprechen. Ich hatte ja gesagt, Konstanten in der Prädikatenlogik, so wie wir sie einführen, sind möglicherweise nur Bezeichner für Elemente in der Domäne. Und das heißt, sie können möglicherweise das gleiche Element bezeichnen oder aber unterschiedliche Elemente. Und darüber haben wir relativ wenig Kontrolle ausgeübt bisher. Wir haben das einfach so hingenommen. Ich könnte zum Beispiel mit Gleichheit das aber doch etwas besser reglementieren. Stellen Sie sich vor, wir haben drei Konstanten. Rudi Völler, Tante Käthe und Rudi. Das sind jetzt nur syntaktische Bezeichner, die irgendetwas darstellen könnten in meiner Domäne, je nach Interpretation. Also, ich könnte jetzt aber mithilfe von Formeln ausdrücken, dass manche davon gleich sind und andere davon nicht gleich sind. Zum Beispiel könnte ich sagen, Rudi Völler ist gleich Tante Käthe. Das war mal ein Spitzname, ja, so ist das. Das sind also Konstanten, die immer das gleiche Element bezeichnen müssen, weil das Einzige, was gleich ist zu etwas, ist das Element selbst. Sie erinnern sich, wie wir Gleichheit interpretieren. Ich kann aber auch das Ganze negieren, wenn ich sagen möchte, dass es eben hier noch einen anderen Rudi gibt. Und den meine ich nicht, wenn ich Rudi Völler sage, sondern das ist jemand anderes oder es bezeichnet etwas ganz anderes. Hier steht die Negation davor. Das ist manchmal ein bisschen unglücklich, wenn man Dinge infix schreibt, davor die Negation zu schreiben. Also, die Negation bezieht sich natürlich auf das Ganze, was hier steht. Verwechseln Sie das nicht. Wir negieren nicht die Konstante. Das wäre unsinnig. Okay, also das soll ausdrücken, die beiden sind nicht gleich. Ungleichheit kann man natürlich auch gebrauchen in vielen Situationen. Ja, kommt auch in der Mathematik oft vor. Und deshalb lohnt es sich auch manchmal, das als spezielles Prädikat einzuführen. Vor allem, um solche Schreibweisen, die vielleicht ein bisschen verwirrend aussehen, zu vereinfachen und noch direkter machen zu können. Ungleichheit zu schreiben, wäre sicherlich schöner lesbar. An der Logik ändert das aber im Wesentlichen nichts, weil man in der Prädikatenlogik auch ganz einfach sich so ein Ungleichheitsprädikat selbst definieren kann. Also, das heißt, ich kann einfach schreiben, für alle x und alle y gilt, x ist ungleich y, genau dann, wenn, also äquivalent zu nicht x gleich y. Okay, das heißt mit anderen Worten, wenn meine Logik Gleichheit hat, dann hat sie indirekt auch Ungleichheit. Wenn sie es nicht hat, syntaktisch, kann ich mir irgendein Prädikat nehmen und diese Formel hinzunehmen, diesen Satz, und dann erzwinge ich, dass dieses Prädikat Ungleichheit ist. Okay, damit haben wir Gleichheit, Ungleichheit und was man so damit sagen kann. Ein paar einfache Dinge, die aber erstmal grundsätzlich nützlich erscheinen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist diese Erweiterung eine Erweiterung? Bringt das etwas Neues in die Logik? Ich hatte ja gesagt, manche Erweiterungen der Prädikatenlogik machen sie wirklich anders, machen sie zu einer anderen Logik, die sich anders verhält. Und manche sind einfach nur Syntaktik-Sugar, wie man sagt. Ja, Sie haben es gerade gesehen, Ungleichheit ist im Prinzip nicht nötig, wenn man Gleichheit hat. Ich kann mir die einfach definieren, muss ich nicht extra ein Feature in meiner Logik haben. Aber natürlich kann man auch grundsätzlich erfragen und sich überlegen, ob Ungleichheit überhaupt nötig ist. Also auch die Ungleichheit, die ich mithilfe von Gleichheit ausdrücke. Und da stellt sich heraus, Ungleichheit von Konstanten zumindest, kann man auch leicht ohne Bezug auf das Gleichheitssymbol ausdrücken. Wie geht das? Wir führen dafür ein paar neue Prädikate ein. Wir betrachten zwei neue einstellige Prädikate, die ich jeweils mit O bezeichne. Und unter diesem hier tiefgestellt steht einmal Rudi Völler. Also wir haben O für Rudi Völler und wir haben O für Rudi. Und schreiben dann mithilfe dieser neuen Prädikate die folgenden drei Sätze auf. Erster Satz. Die Konstante Rudi Völler ist im Prädikat O Rudi Völler. Also es gilt dieser Fakt. Rudi ist in O Rudi. Und drittens, für alle X gilt, dass nicht X in O Rudi Völler und in O Rudi steckt. Okay. Übrigens, warum ich das hier mit O bezeichne, das ist historisch. Das wurde in manchen Publikationen, in manchen Arbeiten wissenschaftlich so benannt. Und ich halte mich daran. Das könnte man auch irgendwie anders nennen. Offensichtlich ist es völlig egal, diese Bezeichnungen. Wichtig ist, ich habe ja zwei unterschiedliche einstellige Prädikate. Ich sichere zu, dass die Konstanten jeweils in dem ihnen zugehörigen Prädikat sein müssen oder ein Element bezeichnen müssen, was da drin liegt. Und mit diesem Satz, was drückt der aus? Naja, der sagt, dass diese beiden Prädikate sich in keinem Element überschneiden. Dass sie disjunkte Mengen darstellen. Das ist also die Idee. Beide einstellige Prädikate beschreiben immer Mengen. Einstellige Relation. Sie enthalten die Elemente und sie sind disjunkt. Und damit ist sichergestellt, die Elemente müssen ungleich sein. Wenn sie gleich wären, dann wären die Mengen nicht disjunkt mit diesen drei Sätzen. Okay. Das heißt, was ich hier im Prinzip gemacht habe, ist, ich habe Ungleichheit erzwungen durch Zuweisung unvereinbarer Eigenschaften. Das heißt, ich kann von der Gleichheit weggehen und von der Ungleichheit hier so und kann die indirekt ausdrücken über die Eigenschaften eines Elementes. Wenn etwas unterschiedliche Eigenschaften hat, zwei Dinge, dann können sie nicht gleich sein. Interessanterweise ist die Umkehrung auch denkbar. Man kann nicht nur Ungleichheit über die Eigenschaften definieren, man kann das auch versuchen bei Gleichheit. Also nächste Frage, ist Gleichheit wirklich nötig? Und die Idee hierfür ist jetzt zu sagen, Gleichheit, schön und gut, Identität, schön und gut, das ist ein starkes Ding. Das kann man nicht so einfach erzwingen. Aber für die Prädikatenlogik ist es ja, wenn man Gleichheit nicht testen kann, wenn das Gleichheitsprädikat nicht da ist, auch eigentlich gar nicht wichtig, ob zwei Dinge wirklich genau identisch sind oder ob sie sich unterscheiden. Denn die einzige Möglichkeit, die es gibt, in prädikatenlogischen Formeln überhaupt über Dinge zu sprechen, ist über ihre Eigenschaften, über die Prädikate, in denen sie vorkommen, über die Relationen, in denen sie zu anderen Dingen stehen. Und wenn jetzt zwei Elemente genau die gleichen Prädikate erfüllen, in genau den gleichen Relationen zu den gleichen anderen Dingen stehen, dann sind sie nicht unterscheidbar, dann sind sie quasi gleich. Das heißt also, Dinge, die anhand ihrer Eigenschaften genau gleich erscheinen, sind vielleicht gleich genug, um damit prädikatenlogisch zu arbeiten. Das heißt, vielleicht brauchen wir das Gleichheitsprädikat doch nicht und können das über Formeln ausdrücken. Und diese Idee ist hier umgesetzt in diesen Formeln, die ich hier im Kasten schreibe und jetzt Schritt für Schritt erklären werde. Der ist relativ leicht zu verstehen, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick viele Formeln sind. Ja, also wir wollen die wesentlichen Eigenschaften von Gleichheit logisch beschreiben. Also sozusagen das Gleichheitsprädikat axiomatisieren, wenn Sie so wollen. Und zwar so axiomatisieren, dass es gut genug ist, um die Prädikatenlogik zu täuschen, wenn Sie so wollen. Also es muss keine echte Gleichheit sein. Es reicht uns, wenn es so viele Eigenschaften von Gleichheit hat, dass man mit Prädikatenlogik nicht mehr den Unterschied sehen kann. Okay. Wie funktioniert das? Für eine gegebene Menge R von relevanten Prädikatensymbolen, das soll eine endliche Menge sein. Ja, also ich habe eine bestimmte Menge an Prädikatensymbolen, die mich interessieren und die ist endlich. Das ist eine plausible Annahme, weil natürlich jede endliche Theorie, die man in der Praxis vielleicht antreffen kann, auch nur endlich viele verschiedene Prädikatensymbole betrachtet. Das heißt, man beschäftigt sich in der Regel mit endlich vielen solchen Symbolen und das wäre zum Beispiel eine solche Menge R. Okay. Außerdem betrachte ich ein neues zweistelliges Prädikatensymbol, das nenne ich mal EQ, für Equality, ja, die Gleichheit. Und damit definiere ich mir jetzt eine sogenannte Gleichheitstheorie, also eine Menge von Prädikatenlogischen Sätzen, die mir Gleichheit ausdrücken soll oder die mir ausdrücken soll, dass dieses zweistellige Prädikatensymbol EQ Gleichheit darstellt. Diese Theorie nenne ich mal EQR, also die Gleichheitstheorie für diese Menge R. Warum das R reinkommt, sie war gleich. Okay, was muss man von Gleichheit sagen? Was gilt von Gleichheit? Naja, Gleichheit muss reflexiv sein, jedes Element ist zu sich selbst gleich. Gleichheit muss symmetrisch sein, wenn x gleich y ist, ist y gleich x. Und Gleichheit muss transitiv sein, wenn x gleich y ist und y gleich z, dann ist x gleich z. Das sind alles Standardeigenschaften, die kennen Sie aus der Mathematik. Das sagt einfach, EQ drückt eine Äquivalenzrelation aus. Das allein reicht aber noch nicht, um sicherzustellen, dass gleiche Dinge auch die gleichen Eigenschaften haben. Das ist etwas, was wir erst mit dem dritten, mit dem vierten Satz hier bekommen. Und das wird sich herausstellen, das ist eigentlich gar nicht ein Satz, das sind viele Sätze, die nur alle gleich aussehen. Was ist das für ein Satz? Hier steht, für alle x1 bis xn und y gilt, wenn p von x1, x2, x3 und so weiter bis xi minus 1, dann kommt hier das xi, das habe ich blau markiert, dann xi plus 1 und so weiter bis xn. Also dieser ganze Ausdruck mit den vielen Punkten und Subscripten heißt einfach nur, ich habe hier ein Prädikat mit vielen Argumenten, n Argumenten, wie viel sage ich nicht. Und irgendwo in der Mitte gibt es ein Itis-Argument, das wird mit xi bezeichnet. Okay, wenn ich also so ein Atom habe und außerdem gilt EQ, xi, y, also wenn dieses xi hier in der Mitte gleich zu y ist nach meinem Gleichheitsprädikat, dann soll folgen, p von x1 bis xi minus 1, y, xi plus 1 und so weiter, xn. Mit anderen Worten, wenn Sie irgendeinen Fakt haben, einen p-Fakt über etwas, das mit xi zu tun hat an i der Stelle und das xi ist gleich y, dann dürfen Sie das xi durch y ersetzen und dieser Fakt soll auch gehen. Und das nennt man in der Mathematik Konkurrenz, ja, also die ersten drei Eigenschaften machen EQ zu einer Äquivalenzrelation, die letzte Eigenschaft macht EQ zu einer Konkurrenzrelation bezüglich Prädikat p und Sie ahnen es, wir machen das für alle endstelligen Prädikate p in unserer Menge relevanter Prädikate r. Ja, also deshalb sage ich, das ist eigentlich nicht ein Satz, sondern es sind viele Sätze. Für jedes p, was uns interessiert, müssen wir für jede Position i, die es in diesem p gibt, einen solchen Satz aufschreiben und damit darf man an jeder beliebigen Stelle, in jedem beliebigen Prädikat, gleiche Dinge mit gleichen ersetzen. Okay, das ergibt endlich viele Sätze, denn wir haben ja endlich viele Prädikatensymbole, die uns anfänglich interessiert haben. Okay, so weit, so gut. Das heißt, das soll unsere Gleichheitstheorie sein und das Ziel, was ich jetzt damit verfolge, ist, dass dieses Prädikat EQ, dieses zweistellige Prädikat, im Prinzip genauso gut ist wie die echte Gleichheit, wenn man diese Theorie immer noch zusätzlich fordert, natürlich, wenn man diese Eigenschaften, die wir hier aufgeschrieben haben, zusichert. Okay, und was dann gelingen soll, ist, dass ich also eine beliebige Theorie mit Gleichheit umwandeln kann in eine Theorie ohne Gleichheit, indem ich einfach diese Formeln hinzunehme. So ist die Idee, im Prinzip. Okay. Gut, mal schauen, wie das gelingt. Und die wesentliche Erkenntnis, um wirklich sagen zu können, Gleichheit ist nicht nötig, ist, dass man im Prinzip das so ersetzen kann, wie ich es gerade erklärt habe. Also das heißt, das Gleichheitszeichen, diese echte Gleichheit, die ich so geschrieben habe, mit der geschwungenen Gleichheit, ersetzen kann durch EQ. Aber was heißt jetzt, man kann das? Was passiert, wenn man das kann, wenn man das tut? Offensichtlich ist es ja so, wenn ich eine Theorie habe, in der das Gleichheitssymbol vorkomme, dann hat das Gleichheitssymbol dort eine feste Bedeutung. Das ist die feste Interpretation der Gleichheit. Nur die Dinge, die identisch sind, sind gleich. Wenn ich jetzt EQ dort einsetze, habe ich erst mal ein neues Prädikat, ein logisches Symbol. Ist das ein Problem? Naja, das ist schon in gewisser Weise ein Problem, denn dieses neue Prädikat kann irgendwie beliebig interpretiert werden. Das vor allem in der Logik mit Gleichheit, wo ich dieses Prädikat noch nicht hatte, kann das auch irgendwie interpretiert worden sein, ohne dass es mich interessiert hätte. Bis dahin kam es ja nirgends vor, da kann ich es interpretieren, wie ich will. Mit anderen Worten, die Formeln, die ich erhalte, wenn ich diese Ersetzung mache, Gleichheit mit EQ, sind nicht semantisch äquivalent. Die haben nicht genau die gleichen Modelle. Warum nicht? Naja, weil die ursprüngliche Formel Modelle haben konnte, in denen EQ irgendwie interpretiert wird, weil es ja gar nicht vorkam. Und die neue Formel, wenn EQ plötzlich eine wichtige Rolle spielt und eine Gleichheitstheorie hinzugefügt wird, die kann natürlich nur Modelle haben, in denen EQ auch wirklich die Gleichheitstheorie korrekt abbildet. Das heißt also, wir können nicht erwarten, dass diese Ersetzung dazu führt, dass wir genau semantisch äquivalente Theorien kriegen. So einfach ist es nicht. Was können wir also hoffen? Und das ist das, was hier steht. Satz, sei T eine Theorie der Prädikatenlogik mit Gleichheit und weiteren Symbolen aus einer endlichen Menge R. Prädikatensymbolen wohlgemerkt. Dann ist diese Theorie genau dann in der Prädikatenlogik mit Gleichheit erfüllbar, wenn die Theorie TEQ, das ist die Theorie, die ich erhalte, wenn ich überall Gleichheit durch EQ ersetze, zusammen mit der Gleichheitstheorie wird diese Prädikate R, die mich interessieren, in der Prädikatenlogik ohne Gleichheit erfüllbar ist. Also was dieser Satz sagt ist, dass zwei Theorien, nämlich die Theorie T auf der einen Seite und die Theorie T mit dem Gleichheitssymbol ersetzt, mit zusätzlichen Sätzen, genau den gleichen Erfüllbarkeitsstatus haben. Das ist das Wichtige. Also das heißt, die beiden Theorien sind, wie wir sagen, Erfüllbarkeitsäquivalent. Wenn die eine erfüllbar ist, dann auch die andere. Wenn die andere erfüllbar ist, dann auch die eine. Wir erhalten nicht genau die Bedeutung, wir erhalten nur die Erfüllbarkeit. Ist das gut? Ja, das ist gut. Das hatte ich Ihnen am Anfang gesagt. Wenn man logisch fließen will, dann genügt es, auf Erfüllbarkeit zu testen. Und wenn man also Verfahren hat oder Umformungen hat, die Erfüllbarkeit erhalten, dann ist man in der Regel auch zufrieden damit. Denn man kann jede beliebige logische Schlussfolgerung, die man ziehen möchte, auf eine Erfüllbarkeitsfrage reduzieren. Und das ist vielleicht eine Frage, in der Gleichheit vorkommt. Und dann kann ich diese Frage mit Gleichheit auf eine Frage ohne Gleichheit reduzieren, die aber immer noch die gleiche Erfüllbarkeit hat. Also das ist das, was der Satz uns sagt. Wir dürfen, solange uns nur Erfüllbarkeit interessiert, diese Umformung machen. Also warum ist das nicht? Das hatte ich gerade gesagt. Logisches Schließen kann auf den Test von Erfüllbarkeit zurückgeführt werden. Denn Erfüllbarkeit bleibt erhalten, wenn man eingebaute Gleichheit durch eine logische Beschreibung von Gleichheit ersetzt. Und Schließen wird dadurch also nicht wesentlich komplizierter. Wunderbar. Okay, tolle Sache. Damit haben wir eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Und ich hatte schon gesagt, das wird ein etwas längeres Video. Aber wenn ich so auf die Zeit schaue, finde ich, ist es eigentlich schon lang genug. Das heißt, ich werde an dieser Stelle schon einmal Schluss machen. Ich möchte Ihnen beim nächsten Mal noch zeigen, wie man das eigentlich beweist, was ich gerade behauptet habe. Und vielleicht wird dieser Beweis auch helfen, noch ein bisschen besser zu verstehen, wie die Konstruktion, die wir hier durchgeführt haben, mit dieser Gleichheitstheorie, wie die eigentlich funktioniert, warum die eigentlich funktioniert. Und das ist, denke ich, etwas, was man am Beweis immer am besten ablesen kann. Hat man das richtig gemacht und wie nutzt man das, was man da gemacht hat, dann tatsächlich, um etwas zu zeigen. Das also beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.